Musik Kannst du dich schon erinnern, ob ich Oliven auf dem Mottoke hatte? Das war schon wieder alt. Naja, gut. Du hattest beim ersten Oliven drauf, ja? Ah, okay. Falls du das gefragt hast. Schon vergessen. Kannst du aber rein wieder alles oder gar nichts raus? Wir wollten das aufbauen und einen Löffel halt mal rein tun, sondern... Kannst du noch ein schickes Spray zu portionieren? Okay, vielleicht dann wohl. Gib mal, ja. Nee, gib noch nicht her. Okay. Später. Ich fühl mich beobachtet. Und der große Bruder. Ja, ja. Nee, Big Mother is watching you. Big Mother is watching you, gut. Nimm's doch in die Hand, das Würstchen. Sau. Naja, das war das letzte. Wie viel brauchen wir jetzt noch? Springen Sie gleich rein? Ich brauche noch drei. Ist das was? Ja, ist das für ein Pfad.